Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Erfolg. 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 Nummer 3. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie definierst du persönlichen Erfolg in deinem Alltag? Wie definierst du persönlichen Erfolg in deinem Alltag? Wie definierst du persönlichen Erfolg in deinem Alltag? Jeder Mensch hat seine eigene Definition von Glück und Erfolg. Erfolg bedeutet, Schwierigkeiten zu überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen. Erfolg bedeutet, Schwierigkeiten zu überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen. Erfolg bedeutet, Schwierigkeiten zu überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen. Oft sind es die kleinen Gewohnheiten, die langfristig zum Erfolg führen. Oft sind es die kleinen Gewohnheiten, die langfristig zum Erfolg führen. Gemeinsamer Erfolg im Team ist oft befriedigender als individueller Erfolg. Der Weg zum Erfolg ist individuell. Jeder hat sein eigenes Tempo. Der Weg zum Erfolg ist individuell. Jeder hat sein eigenes Tempo. Der Weg zum Erfolg ist individuell. Jeder hat sein eigenes Tempo. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.